Hallo zusammen und willkommen. Überschüssiges Bauchfett ist ein Problem, das sehr viele Menschen kennen. Jedoch ist Bauchfett nicht nur unschön, sondern stellt auch eine echte Gefahr für die Gesundheit dar. Wie Du mit einem speziellen Getränk Dein Bauchfett effektiv reduzieren kannst. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst Du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für Dich hochladen. Wer zu viele Kilos auf die Waage bringt, der ist mit seinem Aussehen häufig unzufrieden. Jedoch geht es auch beim Bauchfett nicht nur um den ästhetischen Aspekt. Wer gerade in der Körpermitte zu viel Fett eingelagert hat, der kann damit seiner Gesundheit wirklich schaden. Das gefährliche Bauchfett kann zahlreiche Probleme verursachen, darunter sind auch Herzprobleme und Blutdruckprobleme. Darüber hinaus werden Stoffwechselstörungen wie Asthma, Alzheimer oder Desklerose begünstigt. Sogar die Fruchtbarkeit kann aufgrund von zu viel Bauchfett gemindert werden. Des Weiteren sind zahlreiche Organe durch Bauchfett gefährdet, was daran liegt, dass sie in unmittelbarer Nähe liegen. Gerade im Bauch befinden sich die wichtigsten Organe des Menschen. Und genau deshalb sollten sie nicht von zu viel Fett umlagert werden. An anderen Körperstellen, wie zum Beispiel den Beinen oder Armen, wäre dieses Fett also nicht so gefährlich wie im Bauchbereich. Doch leider lagert sich ausgerechnet hier bei vielen Menschen das Fett bevorzugt ab. Übrigens, das Problem von zu viel Bauchfett gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Gerade bei Männern wächst der Bauch mit dem Alter nicht selten nach vorne und auch Frauen sind oft von einem runden Bauch betroffen. Bei Frauen hat das Ganze oft noch mehr Einfluss auf ihre Lebensqualität, da sie sich mit so viel Bauchfett nicht wohlfühlen. Das Thema Bauchfett reduzieren sollte also in jedem Fall angegangen werden. Und das sowohl aus Gründen des Wohlbefindens als auch aus Gründen der Gesundheit. Bei fast jedem Betroffenen hilft es ein Stück weit, den Lebensstil zu verändern. Dazu zählt beispielsweise die Reduktion von Zucker oder der komplette Verzicht darauf. Gesunde Ernährung ist bei der Reduktion von Gewicht und Bauchfett das A und O. Darüber hinaus ist es wichtig, viel zu trinken und zwar am besten Wasser. Auch der Schlaf sollte nicht zu kurz kommen. 7 bis 8 Stunden am Tag sollte jeder Mensch schlafen. Außerdem ist die regelmäßige Aufnahme von vitaminreichen Lebensmitteln, Mineralien und Antioxidantien wichtig. Diese Lebensmittel helfen auch bei der natürlichen Beseitigung von Bauchfett. Bei vielen reichen die Veränderungen des Lebensstils aber leider nicht mehr aus. Manche verlieren durchaus das ein oder andere Kilo Fett, jedoch ist der Bauchumfang immer noch zu groß und damit gefährlich für die Gesundheit. Auf jeden Fall sollten die eben genannten Aspekte wie gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und natürlich auch die Bewegung in den Alltag eingebaut werden. Wir verraten dir jetzt noch ein geheimes Rezept, was dir optimal dabei hilft, das Bauchfett zu beseitigen. Damit kannst du dein Bauchfett wesentlich schneller und effektiver verbrennen und das ohne große Kosten und Mühen. Du benötigst in Summe 3 Zutaten, um den Grünsaft auf Ingwerbasis zur Verbrennung von Fett herzustellen. Es handelt sich dabei um die 3 natürlichen Zutaten Spinat, Ingwer und Zitrone. All diese Lebensmittel helfen dabei, den Fettverbrennungsprozess zu beschleunigen. Wenn du dieses Getränk täglich 15 Minuten vor jeder Mahlzeit trinkst, dann wirst du sehr schnell Gewicht verlieren. Darüber hinaus stimulieren die enthaltenen Zutaten den Stoffwechsel und regen die Produktion von Carnitin an. Carnitin ist ein wichtiger Bestandteil, der dem Körper dabei hilft, Energie umzuwandeln. Die Energie kann dann verwendet werden, um Fett zu verbrennen. Das Getränk wird sowohl bei Fettleibigkeit als auch bei leichten Übergewicht empfohlen. Es hilft erstaunlich gut dabei, Bauchfett nachhaltig loszuwerden. Gebe also eine Handvoll Spinat sowie ein kleines Stück Ingwer in einen Mixer. Presse dann eine Zitrone darin aus und vermische alles gut. Füge nun mindestens ein Glas Wasser hinzu, um die Mischung zu verflüssigen. Bereite diesen grünen Saft möglichst täglich frisch zu und trinke ihn immer vor der Mahlzeit. So wirst du dein Bauchfett auf schnelle, einfache und sehr gesunde Art wieder los. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.